gucken sich jetzt wieder das finale es ist wieder die finale dingen scheiße ach kacke ja ich bin ja reingekommen ok wir haben keine stacheln oder sonst blödsinn aber trotzdem ich komme mit einem schuss dann nicht will ich noch richtig hin denken so und dann mit dem schuss wobei jetzt kommt das grüne zeug mit dazu und der macht jetzt ein bisschen probleme das geht ja der leckt mich jetzt nämlich da drüben blöde flieger bildschirm ich sieht mir zwar nicht klar aber trotzdem nicht einfach mal einen starken schuss gemacht vielleicht macht ihr auch was anderes ich möchte ja nicht sagen dass die irgendwie kann aber wer sind wir beim hen gewesen jetzt muss ich überlegen was macht denn ich mache einfach mal den mein gott bin ich blöde darum ist ja keine bande ich hätte gedacht vielleicht reicht es dass sie wieder zurückrollen kann das kann ich nicht oh laura macht die kurve ich bin gespannt oder doch was jetzt laura macht die kleine kurve ja wir sind beide am pen ok ich will mein ice cream ja wir hatten beide eis heute schon laura ist auch toll beide bock auf ice ja nicht wirklich ok danach ist meine nervenhauerung mhm so dann mache ich jetzt mal die ultimative abspackung des drehens ich kann mir nicht vorstellen dass es funktioniert weil das grüne ding das macht es jetzt kaputt aber ich würde ich bin kurz einfach so stehen geblieben ich weiß gar nicht ob man das kann mitbekommen hat aber irgendwas hat da draußen gehabt komisch gemacht zu wieder stückte da draußen keine ahnung jetzt einbekommen ich will die fliege dann külscher hat mich gerade genervt natürlich aber jetzt ich meine ich kann zwar springen und das mache ich auch weil wenn ich das jetzt anders macht letztes ding fast gleichstand jetzt bin ich echt gespannt wer gewinnt ist das ultimative finale okay was haben wir denn also einen großen scheiß war okay das ist alles hier drin das kann ich nur so machen das will ich nicht so da aber was keine ahnung ich mache jetzt aber einen dunklen kunstschuss ich weiß nicht warum ich das gemacht habe und wir gucken wir kommen schon wieder auf eineinhalb stunden das ist auch wieder cool kommt darauf an wie lange man jetzt hier wie genau machst du das jetzt um das zu drehen ähm wieder B gedrückt um das zu drehen genau hier macht man die G so ich glaube ich könnte mich leicht drüber schießen nur weil ich habe ich stehe jetzt gerade auf den ding das heißt ich ich rolle wahrscheinlich zurück ich bringe es wohl der einzige möglicher dir ja ich habe mich gerade kurz geschüttelt hier ich muss auch noch dringend aufs klo okay das hat er glaube ich bessere aussichten wenn ich es richtig erwischt mhm wie gesagt wenn ich es besser erwischt stein stein ich bin die stein pass mal auf ne ich muss es äh ich mach einfach so einen schussel guck mal wo es hingeht hoffentlich kann Schussel in den Ofen das macht eher Sinn wenn wir Pokémon spielen hinterherzerinnerung hinterherzerinnerung ja iiiiiiii iiiiiiii jaaa Wasser 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 Schirm schein ja stimmt ich habe den Schirm ja fuck boing und fucker jetzt habe ich mich verarscht stein stein laura ich bin ein Steinmensch so ah ein Steinmensch kannst du bitte auf deine Seite wieder rüber gehen sie glauben wohl auch dass wir hier oben etwas steinig sind nein sicher glaube ich nicht fuck so versuch es zu kriegen ja das musst du jetzt schon hinkriegen irgendwie also ich denk mal du musst es jetzt schon irgendwie hinbringen und tschüss und noch nicht doch sie kommt ran 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 sie kommt oh my god wir beide so schlechte so fuck ich mach es jetzt einfach außer ich kann es noch irgendwie biegen ja ich kann es noch biegen ich kann es noch bügeln nein kann es nicht es ergibt keinen Sinn so ich mache einfach mal den ultimativen Schuss des Schusses und dann schüsst es zu uns ja mach du den Schuss a 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 r t a a a a a m a a wir sind fertig wir haben alle Bahnen durchgemacht an der Stelle könnten wir es eigentlich rein theoretisch beenden aber es gibt ja noch diese extra Bahnen wo ich mir aber erst noch freischalten muss aber für jetzt ist es erstmal das Finale wir haben die ersten vier gemacht ich kann das offline mal noch spielen und dann die Sachen freischalten und dann können wir wieder spiel aber für heute ist erst mal vorbei Laura hat es fast geschafft passt aber ich wollte ich gerade sagen kannst trotzdem stolz und ich seine hast wenigstens weit geschafft aber ich meine ich finde es trotzdem witzig weil am Anfang schon gesagt ja mir geht es nicht ums Gewinn und dann auf einmal auf einmal höhe skills auspacken und so du schaltest gerade um oder ich habe gerade schon gedacht weil die Laura hat gerade eben auf die Fernbedienung gedrückt gut auf jeden Fall ja an dieser Stelle wenden wir es waren beide viel Spaß ich habe alle vier Spiele gewonnen und ich weiß nicht was wir als nächstes machen also ich meine wir haben jetzt davor schon das Spiel aufgenommen sagen aber nicht den Titel davon weil das kommt erst danach und das machen wir noch etwas aber das kann ich verraten und zwar wir haben vor Straßen des Glücks zu spielen ja das wird ein bisschen länger dauern weil ich glaube so ein Spiel dauern zwei bis drei Stunden das heißt es wird schon ein bisschen lang werden aber das ist einfach dann nur so ein chill jetzt was man einfach anmachen kann braucht sich nicht wirklich angucken man kann es nicht einfach anhören und beim gestöhnen zuhören weil es ist ja auch aufregend auf jeden Fall das wollen wir dann auch noch später auf aufnehmen das kennt wahrscheinlich auch keiner das Spiel darf und wir zocken es einfach so jedes Mal wenn wir uns treffen wir haben immer irgendwie diese kleine diese gleiche Routine wir haben immer Mario Kart dann haben wir dieses Klassen des Glücks ja so jedes Mal so in meinem Regas in meinem ganzen Spiel jedes Mal ok was zocken wir bekommen die ganzen Spiele und ich so ich meine komm wir machen die Straßen des Glücks ja okay wir überlegen da immer warum wir eigentlich wir spielen eh immer das gleich aber gut wir beenden jetzt weil das interessiert euch eh nicht also auf jeden Fall das war's mit Kirby Stream Course für jetzt erst mal sehen wir uns da nochmal wiedersehen im Spiel ja sobald ich die anderen Sachen freigeschaltet habe ich hoffe euch hat es gefallen und wenn es euch gefallen hat dann lasst einen Kommentar da und daumen nach oben genau und noch irgendwelche Abschlussworte lasst noch mehr Daumen nach oben da und noch mehr Kommentare bitte Spamming Spamming mal Kommentar auf Spamming ja ok also das war's wir sehen uns beim nächsten Mal wieder euer Tag in Laufela Tschaui Kappaui prain k . Untertitelung des ZDF, 2020